Was ist Sadhana? Viele Seelen, die von großem Glück gesegnet sind und dies in vielen Leben ersehnten, kommen in Kontakt mit Rainer Bhakti, einer Gottesliebe, welche nicht durch Eigennutz geprägt ist. Und viele bemühen sich am Anfang ihrer Theopraxis, wie sie sie halt verstehen, mit so viel Enthusiasmus, Hoffnung und Glauben. Dann, nach 10 oder 20 Jahren, finden sich viele in einer ähnlichen Situation wieder, in welcher sie vor vielen Jahren mit Hoffnung losgezogen sind. Noch immer größtenteils identifiziert mit dem physischen Körper und den Gedanken und Gefühlen, die mit dieser Existenz verknüpft sind. Noch immer betroffen und aufgewühlt von weltlichen Wünschen und Anhaftungen. Und zu all dem ist man nun in der Midlife Crisis. Man musste eingestehen, dass sich selbst im Umkrempeln des äußeren Lebens in einem spirituell orientierten Tagesablauf mit vielen Stunden der Meditation innerlich effektiv nicht viel verändert hat. Noch immer ist man in den gleichen Leidensstrukturen verfahren, noch immer funktioniert man im kleinlichen Schema, des Reagierens in Freude auf das eigene Lob und im gekränkt Sein auf die Schmach. Noch immer ist die Realität Gottes nicht so nahe an einem wie das Geschehen an der Oberfläche. Noch immer ist die Meditation eine tägliche Praxis und nicht eine Leidenschaft geworden, eine Begegnung. In dieser Entmutigung verlieren viele das Vertrauen in den Vorgang der Bhakti. Dadurch gezeugt, dass sie nun völlig absorbiert sind in wirtschaftlichen Fortschritt und im Sich-Einrichten in der Welt. Auf jeden Fall ist dies nicht der graduelle Fortschritt der Bhakti, der in den Schriften beschrieben wird, Dass man zuerst mit viel Vertrauen beginnt, dann an einen Punkt kommt, an dem man nicht mehr mag und sich schließlich ganz hineinbegibt in das Greifbare, in die Verbesserung seiner wirtschaftlichen Situation. Weshalb ist es nun aber so, dass viele Spiritualisten diese Erfahrung machen? Srila Bhaktivinod Thakur beschreibt im Bhakti Tattva Viveka eine Abhandlung über die Grundzüge der reinen Hingabe zu Gott, dass die meisten Seelen, die mit Shuddha Bhakti in Berührung kommen, diese dann aber nicht erlangen, aufgrund ihres Missverstehens, was Bhakti eigentlich ist. Deswegen praktizieren sie etwas, das so aussieht wie Bhakti. Bhakti Abbas Aber es nicht wirklich ist. Sadhya Sadhana Brahma Bezeichnet eine Verirrung, was das Ziel ist und was der Vorgang ist, dieses zu erreichen. Und so eine Praxis gibt natürlich auch nicht das Resultat, das in den Heiligen Schriften beschrieben ist, nämlich Loslösung dieser Welt, eine direkte Erfahrung Gottes, einen unwiderstehlichen Geschmack an seinem Heiligen Namen, eine Sehnsucht, die niemals gestillt, sondern immer nur intensiver wird. Das Praktizieren eines Missverständnisses wird niemals das gewünschte Resultat erzeugen. Es geht in der Praxis der Bhakti nie darum, Dinge in der Welt zu bewerkstelligen, viele Bücher zu drucken, Tempel zu errichten oder Projekte zu erschaffen, sondern immer nur um den Wandel des Herzens, der aber effektiv geschehen soll. Sadhana ist der Weg dazu. Wie definiert Rupa Goswami reine Bhakti? Anna-Bilyasita-Shunyam Khyana-Karmadi-Anamritam Anna-Kulyena-Krishna-Anushilanam-Bhaktir-Utam Der kontinuierliche, natürlich spontane, ununterbrochene Fluss, so wie Honig aus dem Honigglas herausfließt, des Bewusstseins und aller Bemühungen des Körpers, des Geistes, der inneren Gemütsstimmungen und aller Worte ganz allein zur Freude von Sri Krishna wird reine Bhakti genannt. Diese Hingabe ist frei von irgendwelchen materiellen Motivationen, die einem von seiner Wesensnatur entfremden. Nämlich der Ambition, irgendetwas von Gott zu bekommen und dem Flehen vor etwas bewahrt zu werden. Anu bedeutet Anushilanam, was spirituelle Führung bedeutet. Wenn Bhakti nicht unter Anleitung reiner Seelen geschieht, ist es nur Karma. Eine Tätigkeit in der Welt, die in sich nicht die Kraft hat, die Seele von allen Bindungen zu befreien und die schlummernde Gottesliebe zu erwecken. Mahat Kripa Vina Kon Karme Bhakti Nai Krishna Bhakti Durirahu Samsara Nahe Skai Jaitanya Charita Amrita 2.22.51 Alles, was man tut, ohne den Segnungen einer reinen Seele, ist nicht Bhakti, sondern Karma. Was zu sprechen von Bhakti? Es hat nicht einmal die Kraft, einen von den klebrigen Fäden dieser Wandelwelt zu befreien. Rupa Goswami erklärt, dass diese Uttama Bhakti drei Teile hat, die mit dem Reifegrad einer Mango zu vergleichen sind. Es beginnt mit Sadhan Bhakti, reift dann weiter in Bhav Bhakti und fruchtet letztlich ganz in Prema Bhakti. Sadhana definiert Rupa Goswami im Bhakti Ras Amrita Sindhu 1.2.2 folgendermaßen Wenn alle Sinne in den Tätigkeiten der Bhakti beschäftigt sind, hören, beten und erinnern der Namen, Form, Eigenschaften und transzendentalen Spiele von Radha Krishna mit der genauen Endabsicht, dem Zielgedanken, in jedem Moment erinnernd, nämlich Bhav Bhakti, vollständige emotionale Involvierung in Radha Krishna, dann wird die inhärente Staibhav, Grundbeziehung des Lebewesens zu Gott, im Herzen erweckt. Dieser Vers beschreibt als Sadhya, als Ziel, eine Bhav, eine konstante Stimmung im Inneren, den ewigen Rasa, liebende Gottesbeziehung der Seele zu Gott. Sadhana ist also die Beschäftigung des Geistes und der Sinne in den Angas, den Tätigkeiten, der Bhakti, mit dem Ziel, Bhav Bhakti, zu erreichen. Wenn das Bewusstsein nicht auf dieses Ziel gerichtet ist, sagt man zu der Praxis Sadhana Abbas, ein schattenhafter Abglanz von Sadhana, welcher natürlich auch nicht das Resultat von Sadhana zuteil werden lässt. Es kann einen lediglich Sugriti spirituelle Verdienste schenken, welche einen in der Zukunft in die Gemeinschaft von Heiligen leiten, in welcher man über die Sadhya Bhav, die Stimmung der Gottesliebe, hört. In der Gemeinschaft eines Heiligen erhält man von ihm den Heiligen Namen und die Erläuterung seiner Bedeutung. Die Berührung mit dem Heiligen Namen offenbart einem eine Ahnung seiner ewigen spirituellen Form. Noch immer sitzt man bei Heiligen und hört von ihnen über Krishna Katha, Beschreibungen des ewigen Lieder. So wird diese Ahnung der Gottesliebe zu einer innersten Gewissheit. Wenn man nun den Heiligen Namen chantet und sich an Krishna erinnert, aus der Perspektive der Sadhya Bhav, nennt man dies Sadhana. Wenn man also früh am Morgen aufsteht, Lieder zu Narasimha singt, dann Ramayana hört und anschließend den Murti von Lakshminarayan verehrt, kann dies unmöglich Sadhana sein, da es kein Ziel hat, keine Ausrichtung in eine ewige Beziehung. Sadhya Bhav. Von wo kommt denn diese Bhav? Es ist die Nityasiddha Bhav, die ewige, latente Stimmung der Gottesliebe in der Seele. Sadhana schafft diese Stimmung der Seele nicht, sondern legt sie nur frei. Zusammengefasst kann man sagen, die Bemühungen, die man mit den Sinnen ausführt, um Bhav zu erlangen, werden Sadhana genannt. Was ist nun Bhav Bhakti? Wie kann man seine Sinne einsetzen, etwas zu erlangen, das man nicht kennt? Deswegen muss, um Sadhana ausführen zu können, Bhav Bhakti verstanden werden. Bhakti ist Vedanta, die Kulmination allen Wissens. Es ist nicht ein blindes Schweifen im Dunkeln, in der naiven Hoffnung eines Tages einfach zurück zu Gott zu gehen. Im Bhakti Ras Amrita Sindhu beschreibt Rupagoswami Bhav Bhakti. Shuddha Sattva Vishesh Atma Prem Suryamsu Samyabh Bhakt Rujibis Citta Mashrinya Krita Asau Bhava Ujjate Wenn Bhakti sich zur Stufe der Ruji des tiefen Geschmackes entwickelt und das Herz, der Geist und der Intellekt weich geworden sind aufgrund der göttlichen Liebe, dann nennt man dies Bhav Bhakti. Dieser transzendentale Zustand ist jenseits der Erscheinungsformen dieser Welt und der Sadhaka wird da alleine von Shuddha Sattva der ewigen spirituellen Energie genährt. Das Bewusstsein wird leuchtend klar, denn diese Bhav Bhakti ist ein Strahl der Bremer Bhakti Sonne. Bhakti Ras Amrita Sindhu 1.3.1 Bhav ist nicht ein Phänomen dieser Welt, sondern eine Erscheinung der Shuddha Sattva, der reinen Transzendenz. Es ist also eine Erfahrung, die nicht mehr von der Seele erzeugt und produziert ist, sondern eine reine Offenbarung Gottes, die keinerlei Berührungspunkte mit der materiellen Energie mehr hat, also nichts gemein hat mit groben und feinstofflichen Körpern. Es ist eine Erfahrung, die von einem Bereich jenseits des Brahman herrührt, welches Shuddha vollkommen rein von allen Berührungen der materiellen Mentalität ist. Bhav ist eine Verbindung der Samvit Shakti, Gottes Energie des Erkennens, Bewusstseins und Wissens, mit der Ladini Shakti, Gottes Kraft der Freude und Glückseligkeit. Diese wunderbare Kraft wird auch Bhakti Shakti genannt. Diese transzendentale Bhakti manifestiert sich aber nie innerhalb dem Bereich der materiellen Welt, sondern nur der Atmosphäre der Sandini, Gottes Transzendente Existenz. Deshalb heißt es, dass wo Bhakti ist, die spirituelle Welt gegenwärtig ist. Was sind die Symptome, wenn sich Bhav Bhakti im Herzen manifestiert? Es kann geschehen, dass jemandem wirklich Tränen der Rührung kommen und ein Geschmack, der mit nichts in der Welt vergleichbar ist, gekostet wird. Und schon denkt man, ein Heiliger geworden zu sein. Deshalb formuliert die spirituelle Tradition die Warnung, das ist Rati Abbas. Ein Schatten, ein Schein des Wirklichen, der in das Herz hineinschimmert und es überflutet. Um den Gemütszustand der erwachenden Bhav klarer zu umschreiben, gibt Srila Rupa Goswami im Bhakti Ras Amrita Sindhu neun Symptome. Shanti Völlige Gelassenheit und Vergebung Es mag so viele Gründe um mich herum geben, gestört zu sein im Geist, aber inmitten all dieser bleibt man in sich, bei sich, ohne sich im Geringsten davon beeinflussen zu lassen. Das Leid kommt nicht aus dem objektiven Geschehen heraus, sondern durch die Involvierung meines Geistes in das Geschehen. Avyarta Kalatvam Keinen Moment mehr verschwenden Die Haltung, dass jeder Moment im menschlichen Körper so wertvoll ist, dass er auf keinen Fall verschwendet werden soll. Avyarta Kalatvam bedeutet, dass man sich dessen ständig bewusst ist und man solchen Fluss nicht tolerieren könnte. Vairakti Losgelöstheit Aufgrund des Geschmackes, den man von der Ladini-Shakti, der Bhakti, der spirituellen Freudenkraft erfährt, resultiert eine Unfähigkeit, sich weiter an das Alte hineinzubeugen. Das bedeutet, dass eine natürliche und beständige Loslösung von materiellem Komfort und Sinnesbefriedigung erwacht ist. Wenn man weiter fortschreitet, bedeutet Vairakti Loslösung von der Praxis von Vairi-Bhakti, dann Loslösung von Shantaras, Das Das Loslösung von Aishwarya-Bhav, Sakya-Ras, Vatsalya-Ras und dem alleinigen Zuwenden zu Madhurya-Ras. Mana eine ganz kleine Seele zu betrachten und definiert sich dann durch die Dinge, die man bewerkstelligt und erschaffen hat. Man genießt, dass Personen von einem abhängen. Man fühlt sich unersetzbar, begehrt und glaubt, das Zentrum zu sein. Die totale Abwesenheit dieser weltlichen Haltung nennt man Mana, Shunyata, Am Punkt, wo transzentale Emotionen das Herz erfüllen und man sich wirklich in Bezug zu Gott erkennt, wird dieses Spiel langweilig und überflüssig. Asha Banda Heilige Hoffnung Die starke Überzeugung, dass einem ohne Zweifel die Gunst des Höchsten zuteil werden wird, heißt im Sanskrit Asha Banda Man ist gebunden durch diesen heiligen Wunsch. Srila Rupa Goswami betet im Padjavali Ich besitze keine Liebe zu Krishna noch zu den Ursachen dieser Liebe zu Krishna Shravanam, Kirtanam, Smaranam und so weiter. Auch fehlt in mir der Vorgang des Bhakti-Yoga, durch den man stets an Krishna denkt und seine Lotus-Füße im Herzen bewahrt. Was philosophisches Wissen oder fromme Werke betrifft, so sehe ich für mich keine Gelegenheit, mich mit solchen Dingen zu befassen. Deshalb bleibt mir nichts anderes übrig, als einfach zu dir zu beten, Gopi Janavallava, Krishna, der Geliebte der Gopis. Ich wünsche und hoffe nur, dass ich auf irgendeine Weise fähig sein möge, mich deinen Füßen zu nähern und diese Hoffnung bereitet mir Schmerzen, denn ich halte mich für recht untauglich, dieses transzendentale Ziel des Lebens zu erreichen. Die Bedeutung davon ist, dass man fortfahren sollte, zu hoffen, wo es nichts mehr zu hoffen gibt, aber die Asha Banda lässt einen ständig weitergehen, dass man auf irgendeine Weise doch fähig sein werde, sich der Umarmung mit dem Höchsten zu nähern. Samut Kanta Brennende Sehnsucht Dies bedeutet, ständig eine starke Begierde zu haben. Diese starke Begierde wird schön von Bila Mangala Thakur in Krishna Karan Amrita beschrieben. Ich warte voll ungeduld darauf, den Knaben von Vrindavan zu sehen, dessen körperliche Schönheit das ganze Universum bezaubert, dessen Augen stets von schwarzen Kajal beschmückt sind und sich wie Lotusblätter erstrecken und der immer ungeduldig über seine Geweihten einen flüchtigen Blick wirft und sich deshalb leichtfüßig hierhin und dorthin bewegt. Seine Augen sind stets feucht und seine Lippen wie die Bimba Blüte und diesen Lippen entspringt eine Klangschwingung, die einen irrsinniger macht als einen tollen Elefanten. Ich sehne mich so sehr danach ihn in Vrindavan zu sehen. Nam Gana Sada Ruji Freude an der Kontemplation der Heiligen Namen haben Dies bedeutet ständig Geschmack zu haben am Heiligen Namen. Das ist das Svarub Lakshana von Bhav Bhakti. Das Hauptmerkmal an dem wir unseren Puls fühlen können, inwiefern wir Fortschritte machen. Der Heilige Name ist Krishnas Gnadenform, welche in dieser Welt hineinkommt und immer dort zugänglich wird, wo man sich ergebend an ihn wendet. Aschaktis Tat Gunah Kjane Anhaftung über Gottes Eigenschaften zu sprechen. Dieses Merkmal umfasst einen beständigen Geschmack der geheiligten Eigenschaften des Herrn zu beschreiben. Durch diesen dunklen Wunderschönen wird das gesamte Universum erhellt. Er ist so fein und zart, aber mit seinem kleinen Finger hält er den ganzen Gowardern hoch. Ihm gehören alle Universen, aber er stiehlt in den Häusern der Gopis von Vrindavan. Der Gedanke an Krishnas wunderbare Eigenschaften wirkt auf mein Herz so anziehend, dass ich nicht weiß, was ich tun soll. Krishna Karan Amrita Das ist der Wunsch, sich an einem Ort aufzuhalten, an dem Krishna ewiglich seine Spiele offenbart, im Dham. Wenn wir das äußere Vrindavan betrachten, dann stimmt dies nicht überein mit den Beschreibungen des Bhagavatam und der Heiligen Schriften. Wir brauchen die Führung von Heiligen, um dies zu verstehen. Der heilige Dham ist nicht aus dem Stoff dieser Welt gemacht, weswegen er nicht mit den Instrumenten unserer Sinne wahrgenommen und nicht mit den Gefühlen erspürt werden kann. Sri Vrindavan wird eine Wirklichkeit in uns durch die Barmherzigkeit von Sadhus. Wenn in ihrer Gemeinschaft die Zuneigung, die sie zu Radha Krishna verspüren, sich in unser Herz ergießt. Aus diesem Grund ist es wichtig, zu verstehen, dass wir nicht nach Vrindavan kommen, um diesen Ort zu genießen, sondern um zu dienen und um die Diensthaltung zu vertiefen. Das ist die wirkliche Stimmung von Vrindavan und dieses Vrindavan Bewusstsein, dass hier nämlich jeder Grashalm, jedes Staubkorn erfüllt ist von Krishna Seva Vasana, dem spontanen Wunsch, alles zur Freude von Radha Krishna zu tun, ist eigentlich auch der natürliche Bewusstseinszustand von uns. Was wir hier in Vrindavan alle gemeinsam haben, ist die Gelegenheit, in jedem Moment Krishna kontaktieren zu können. Er ist wirklich da. Wenn nun dieser Sonnenstrahl der Prima sich im Herzen manifestiert, beginnt das Herz zu schmelzen, Chitta Mashrinya, aufgrund eines Wohlgeschmacks, eines Kostens der Lieblichkeit Sri Krishnas. Wenn also unser Bewusstsein wieder aufbricht, von allen Verhärtungen der Upadis, Überstülpungen, falsche Rollen und seine natürliche Zartheit wiedererlangt, werden die Svarub Abilas, die Wünsche der ewigen Seele, unsere Wesenseigenen Bedürfnisse freilegen. Diese Abilas sind nicht einfach nur Wünsche, wie wir sie an der Oberfläche unseres Wesens erleben, sondern ganz tiefe Sehnsüchte, Urverlangen und Wunschbilder der Seele. Der Erste heißt Bhagavad Abilas den intensiven Wunsch, dem geliebten Herrn zu begegnen, ihn zu erlangen. Wenn dieser Abilas manifestiert ist, erfährt man starke Trennungsgefühle, wenn man ihn sieht, aber das ist kein Leid, sondern eine Folge der großen Liebe, der Sehnsucht. Dies wird sehr schön ausgedrückt im Lied Sri Radha Krishna Parakamala Mana von Srila Bhaktinot Thakur Wie wird es mir möglich sein, jede letztliche Zuflucht, den Dienst zu Radha und Krishna zu erlangen? Dieser erbärmliche Diener wartet seit unverdenklicher Zeit und erhält Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit, eure Zuflucht doch noch zu bekommen. Bhaktinot, der unwürdige Diener von Lalita Saki, hält ihre Lotusfüße auf seiner Brust und bittet sehnsüchtig Radha und Krishna in den Wäldern von Vrindavan zu erlangen. Bitte hört meine demütige flehende Bitte und nehmt mich auf. Der zweite Abilas heißt Anukula Abilas Der Wunsch etwas ganz Wunderbares tun zu wollen für seinen Ishtar, seinen geliebten Herren in einer wohlgesinnten Haltung. Im Radha Rasa Sutaniti 198 betet Prabhudanandan Sarasvati Thakur Asasya Dasyam Vrishabhanu Jayas Thire Samadhyasya Cha Bhanu Chaya Kadhanu Vrindavana Kunja Itis Aham Nur Radhe Hi Atitir Bhave Yam O Radhika Ich möchte dir dienen wie du in den Wäldern von Vrindavan umhergehst. Am Ufer der Yamuna will ich ein Treffen mit Yamasundara organisieren. Anukul bedeutet, dass es vorteilhaft für Radha Krishna sein soll, aber nicht auf der weltlichen Ebene, sondern in ihrer Welt, in der Welt des ewigen Lila. Narutam Das Thakur betet, dass er sich danach sehnt, wenn Radhika müde ist vom Rassertanz ihr nun fein zubereitete Betelnüsse zu geben, damit sie daraus wieder Kraft schöpfen möge. Und der dritte Abilas heißt Surit Abilas die Begierde nach Nähe und Intimität. Su ist eine verstärkte Vorsilbe und Hi bedeutet Herz. Wenn zwei Seelen so vertraut miteinander sind, dass sie alle Dinge des Herzens miteinander teilen, dann nennt man sie im Sanskrit Sakis. Zusammengefasst, man will ihn nicht nur treffen, sondern ihm dann auch vertraulich dienen, aber es soll auch voller Intimität sein. Echter Sadhana beginnt als erst nach Nishtar. Wenn alle Unreinheiten von der Seele abgefallen sind, eine unverrückbare Stetigkeit in der Seele einkehrt und dann Ruji einen wunderbaren Geschmack an Radha und Krishna erscheint, welcher einem in seinem Inneren die Staibav seine ewige Beziehung zu Krishna beleuchtet. Und zuvor ist alles noch Sadhana Abbas, ein Schatten von Sadhana. Denn davor kennt man das Potential, das in der Seele ruht, ja noch gar nicht. Wie will man nun den Heiligen Namen beten, Gebete sprechen und sich an Radha Krishna erinnern, Smarana, wenn man nicht weiß, für was man es tut? Sadhana Abbas kann ein Spurti ein kurzes Aufleuchten, eine Ahnung erzeugen, von unserer Svarupa, unserer ewigen Form, geben. Ohne die Ahnung von der ewigen Beziehung zu Krishna hat man nicht die Entschlossenheit und den Enthusiasmus, sich ganz dafür einzusetzen, sich ganz zu geben. Diese Analyse bedeutet, dass sich der spirituell Übende zuerst bemühen soll, auf die Ebene von Nishtha, Stetigkeit zu gelangen. Nishtha wird von Vishwanath Chakravarti Thakur definiert, als die Absenz von fünf Hindernissen während des Betens der Heiligen Namen. Laya Faulheit und Schläfrigkeit wird in drei Stufen abgestuft. Müdigkeit während des Kirtan Es wird laut gesungen, Kartal und Brindanga umgeben einen, alle tanzen, aber man will nur schlafen. Das ist ein chronischer Fall von Laya. Müdigkeit, die einem überkommt während des Lesens und Hörens von Vorlesungen. Müdigkeit während des Smarana, die Erinnerung an Radha Krishna während des Betens der Heiligen Namen. Man ist irgendwie zu faul, es wirklich zu tun. Man bevorzugt sich der Müdigkeit und Trägheit hinzugeben, als lange Zeit absorbiert zu bleiben. VIKSHEPA Unterbruch Man hat dem Guru gedient und nun unterweist er einen weitergehend. Während der JAPHA soll man meditieren, wie man in Vrindavan sitzt, am Ufer der Yamuna, in einem Wäldchen von Kadamba-Bäumen, die alle wunderbare Blüten von sich regnen lassen. Man hört die Bienen summen, Kuckus und Pfauen rufen, all dies mitten in den wunderbaren Wäldern von Vrindavan. Radha und Krishna tanzen zusammen im weichen weißen Sand, halten sich die Hände, betrachten sich gegenseitig mit einem Seitenblick und sind überwältigt von Liebe. In diesem Moment denkt man plötzlich, ob man nun auch sein Auto wirklich abgeschlossen hat. Habe ich den Brief abgeschickt? Was macht meine Mutter? Die Konzentration und die Meditation werden plötzlich unterbrochen von materiellen Impressionen. Abratipati Indifferenz Obwohl man nicht müde ist und auch den Geist soweit ruhig kontrollieren kann, dass keine Ablenkungen einen stören, fühlt man dennoch eine Gleichgültigkeit, eine Neutralität zu Krishna. Obwohl man ihn doch eigentlich liebend verehren möchte. Keine Leidenschaft der Liebe mehr, man steht sogar vor Radha und Krishna, aber fühlt gar nichts mehr und alles ist einen wie egal. Kasaya Fehler Das sind unbeabsichtigte Ausrutscher. Obwohl man freundlich ist zu allen Wesen Ad Vesta Sarvabhutanam Bhagavadgita 12.13 mag es trotzdem manchmal vorkommen, dass man plötzlich in alte Charakterstrukturen zurückfällt und vielleicht jemanden verurteilt. Kasaya mag auch bedeuten, dass Anarthas Unreinheiten aus der eigenen Vergangenheit, aus vergangenen Leben, sich plötzlich wieder an der Oberfläche des Bewusstseins manifestieren. Rasa Asvada Weltlichen Geschmack Kosten In der Atmosphäre des Herzens existiert noch eine alte Neigung, Sinnesobjekte zu genießen, eine Verunreinigung im Geist, denn Krishna erklärt in der Gita, dass die Faszination für die Objekte der Sinnen Befriedigung nur im Geist geboren ist. Bhagavad Gita 2.55 Inmitten während der Meditation der Chapa steigen plötzlich Gedanken an Sinnen Befriedigung auf. Man ignoriert sie und meditiert weiter. Aber bei manchen Wellen von Wünschen hängt man wie ein und ignoriert sie nicht mehr oder wirft sie auch nicht gerade wieder aus dem Bewusstsein heraus. Man hat einen Geschmack über diese materielle Erfahrung nachzudenken. Das ist Rasa Aswada. Für einen übenden Spiritualisten ist diese Nishter ein Zwischenziel, obwohl bereits dies für uns sehr weit weg sein mag. Wirkliche echte Transzendentale Verwirklichungen sprießen ab Ruchi nachdem man die Stufe der Nishter erlangt hat. Wieso? Sadhana ist das was ich tue um die Nityasidabhav meine ewige Stimmung in der Beziehung zu Krishna meine Staibhav meinen Rasa zu erwecken. In Ruchi beginnt sie hindurch zu schimmern durch die dicken Schichten des Vergessen Wollens weswegen echter Sadhana dort beginnt. Der Vorgang funktioniert aber nur für diejenigen die sich auch bemühen ihn zu verstehen. Es gibt dann keinen Sadhana mehr um Prima zu erlangen. In dem Bereich regiert nur noch die Gnade. Auf der Stufe von Bhav Bhakti erlange ich Zugang in meinem ewigen spirituellen Körper zum Naimitik Lila Krishnas Lila das er in den materiellen Welten offenbart um auch den bedingten Seelen die Möglichkeit der Rückkehr zu ihm zu ermöglichen. Der materielle Körper stirbt hier denn es gibt keine Prima in dieser Welt. Im Seva im Naimitik Lila erhält man die Gemeinschaft mit den Nityasiddha Parikas den ewigen Gefährten aus dem Lila von Radha und Krishna und diese Sangha löst dann die Gnade aus welche die Bhav Bhakti in Prima Bhakti umwandelt.